Wenn jemand eine Castingsendung wie The Voice gewinnt, sind natürlich bestimmte Fans enttäuscht, die für jemand anders waren. Und da heißt es dann schnell, wie zum Beispiel in diesem Fall, der Dei Schmiedmann, der hat einen Betrug, so betrug, dass der gewonnen hat. Und da muss ich sagen, in manchen Fällen, bei einigen Castingsendungen, muss ich schon sagen, wie zum Beispiel beim Supertalent, da spricht einiges für, also die Entscheidung ist sehr merkwürdig, da spricht einiges dagegen, aber der Dei Schmiedmann, der ist doch der perfekte The Voice of Germany Gewinner. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da betrogen worden sein sollte. Also so blöde ist The Voice nicht, die wollen ja ein vermarktbares Objekt und da hilft es ihnen nicht, jemanden gewinnen zu lassen, den sie im Endeffekt nicht vermarkten können. Bei Supertalent ist es ein bisschen was anderes, da kann man die Sieger meistens normalerweise eh nicht vermarkten. Also versucht man da sozusagen, den Schlechtvermarktbaren nochmal ein bisschen Hype mitzugeben. Ich meine, es wird viele Leute gegeben haben, die sagen, ja, der Ahrmacher, der war doch rotzegeil, der hätte gewinnen müssen, der war doch geil, geil, geil. Und ich würde sagen, ja, geil war der, aber ich würde mal sagen, der hat die Zuschauer enttäuscht. Also er hat erst so auf geilen Rocker gemacht, also sein Blind-Audition-Auftritt war ja grandios hoch 10, die Leute waren begeistert hoch 10, aber dann hat er sich, ja, ich sag mal so, marketinggerecht zur Transe machen lassen im Battle und hat da was gespielt, was eigentlich nicht so sein Ding gewesen wäre und hat sich da angepasst, hat mit Robbie Williams da sozusagen zusammen gesungen und hat sich da sozusagen positiv zu geäußert. Und dann halt jetzt auch im Finale noch dieses, ja, Rapper-Lied mit den Fanta 4 zusammen und dann mit dieser Emily Sondell oder wie die auch nochmal hieß da, dieses Lied da gesungen, was überhaupt nicht so ihm basste. Also da haben sich dann die Leute auch gesagt, denke ich mal, ne, ne, der ist ja nicht das, was wir wollten. Während der Dai durchweg im Endeffekt sozusagen genau das geliefert hat, womit er angefangen hat. Also das ist sozusagen eine, sagen wir mal sagen, PR-Linie. Also das Public Relation wurde 1A durchgezogen, ob nun bewusst oder unbewusst, mag was anderes sein. Aber er ist halt so ein Kandidat, der lässt sich über The Voice of Germany super vermarkten, weil im Endeffekt genau sowas da gesucht wurde. Und dieses Jahr hat man ja sich ja darauf so versteift, es muss ein deutschsprachiger Künstler sein. Man hat sich auch sozusagen in den Sendungen immer wieder durchgekaut und dem Zuschauer eingeredet, deutschsprachig, deutschsprachig, deutschsprachig. Und ja, also es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass der Schmidmann gewonnen hat, sondern das ist eigentlich Logik pur, würde ich sagen.